Oh mein Gott, Leute, es gibt jetzt natürlich die andere Hälfte vom Cookie noch pur aus der Mikrowelle. Also ich glaube, bei dem Anblick brauche ich nichts mehr sagen. Ja, dann habe ich den ganzen 130 Gramm Cookie von Nom Nom vernascht. Aber Leute, wenn man sich gönnt, dann richtig. Und es schmeckt einfach so gut. Ich könnte da, glaube ich, sogar noch einen zweiten Pfann essen. Wirklich so lecker. Ja, und man sieht jetzt hier auch wirklich richtig drin, dass da weiße Schoki drin ist, Ruby Schoki. Dann noch so eine beerige Creme. Und dieser Keksteig, der schmeckt auch so zitronig und butterig, saftig, fatschig lecker. Also ein wahrer Traum. Ja, und jetzt, wo ich den so ein bisschen zerstört habe, mache ich auch noch mal einen Live-Taste-Test. Auch wenn ich den gerade schon gemacht habe, in Kombi auch mit der Bowl. Und das eine Stück habe ich ja auch pur. Aber jetzt probiere ich noch mal. Ich habe den ja ein bisschen länger jetzt in der Mikrowelle gehabt. Boah, das ist einfach. Das ist Foodpornpool, Leute. Also so ein butteriger Keksteig und dann diese Lemonnote. Und dann die Beernnote. Und die Schoki und die Herzen. Also der sieht nach Liebe aus und der schmeckt nach Liebe. Also ich würde nur für den Cookie wahrscheinlich nochmal nach München fahren. Aber ja, Nomnom Nation, bitte Abo, die Cookies der Wahnsinn.